Ich habe jetzt bei mir den Jörn von der Sektion. Sie haben heute in Hamburg einige Probleme gehabt bei ihrer Show, deswegen konnten wir sie dort noch nicht filmen. Jörn, kannst du uns erzählen, welche Probleme Sie heute in Hamburg mit Ihrem Show hatten? Wir hatten viele Probleme mit dem Bus, dem Tourbus. Es wurde ein paar Mal verabschiedet. Und auf der Seite, unser Guitarist, Johann Norman, wurde sick heute, also wir spielten ohne ihn. Aber ich denke, die Giga war gut. Es war ein sehr guter Show. Es war ein sehr guter Publikum. War es das erste Mal für dich, dass du mit einem Guitarist bist, oder hast du schon erlebt? Nein, es war die erste Mal, dass wir live als 3-piece, mit einem Guitar. Wir haben angefangen als 3-piece, aber wir hatten nur ein paar Gigs im Anfang, und dann hatten wir auch ein Session Guitarist. Es ist die erste Mal, es ist eine neue Erfahrung für uns, und wir sind glücklich, dass wir es geschafft haben. Du bist jetzt auf der zweiten Tour in Deutschland, nachdem du schon mit Dismember gespielt hast. Ja. So, was ist der Grund, warum du in Deutschland so extensively tourstest? Ich denke, es ist seit fünf Monaten seitdem wir hier sind. Wir lieben die Leute hier in Deutschland. Wir fühlen, dass es Zeit für zurückgekommen ist. Und ich denke, es ist ein sehr guter Tour, mit Bands wie Goldworth und Satyricom. So, das war es. Und dein Album, Stormer, in Spanien geht gut? Ja, es geht gut. Ja, es geht gut. Ja, es geht gut. Es geht gut. Ja, es geht gut. Es geht gut. Es geht gut. Also, wir kommen jetzt bis zum Ende des Show. Und du möchtest, die Video, wir werden gleich spielen? Ja. Okay, now we're going to see Into the Crypts of Race with Celtic Frost.